Äh, die Sniper, ja genau, das ist das. Aber die hab ich gerade eben auch kaum benutzt. Ich würd eher einmal den Trinkleiser halt, das ist sehr geil gewesen. Oh, okay, shoot! Please, babe, busy, outside the ship! Da gibt's niemanden, wenn gestartete Games reinkommen ist, ob man nie wusst, was der Trinkleiser kann. Wetttrap just smells like Old Man Farty, after much cheese. Äh, I guess I'm used to it. That's it. Old Man Farty! Is nothing to apologize for. Just, please, we do not want to smell this anymore. Go, 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 go! Go, go, Power Ranger! Where's Stacy? Stacy, so don't, such, 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 such! Ah, Stacy, so don't, such, 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 such! Mammoth burn, look at the stone something! Da vorne, rechts, was? Da vorne! Oder? Nee, jetzt falsch. Da vorne! Nee, jetzt falsch. Da vorne! Da vorne! Das sind Zahlen, ja, das sind Zahlen! Da vorne, was? Da vorne, was? Da rüber! Und... Ich geh in Noxaday! Ich geh in Noxaday! Ich geh in Noxaday! Ich geh in Noxaday! Der folgt easy! Ja, ja, ich mach das jetzt! Deswegen, ich denk, das ist gar nicht so! Und da warst du mal... Vier! Aua! Da vorne, dann irgendwo kreuzen! Ja, müsste! Irgendwann muss sich schon rechts auftauchen! Hier ist sich schon rechts! What? Echt? Ja! Dann laufe ich durch die Mitte! Wo denn? Da vorne, glaube ich, irgendwo. Warte mal! Komm! Au! Wie ist das? Na, Daisy verfolgt mich eigentlich ziemlich gut. Aber... Muss man schon auf dem richtigen Weg sein. Ja, dann ist es eh schon vorbei da! Und ist es eh! Ne! Ja, ja, ja! Was macht Daisy eigentlich? Warum hat Daisy ein Ausrufezeichen? Wird sie verfolgt oder so? Ja, ja, ja! Jetzt ist es wieder gelb! Ah, jetzt sucht sie wieder! Ja, sie läuft aber in die andere Richtung! Aufgeschreckte Vögel jetzt da ganz hin! Drei-hundert-dreißig! Ja, ja, da läuft Daisy auch hin! Wieder hier hinten! Eigentlich wieder zurück! What? Dann hat das so'n Huhn mehr, Alter! Ja, ja! Ich glaub, ja, der kann nach oben sehr weit und dann durch... Ja, ja, der kann richtig weit hoch glittern! Wir sollten trotzdem schauen, dass zwei... Oder wenn Sie bitte aufteilen! Hm... Ah, ich bin der Healer, gell? Ja... Deswegen komm' ich mit dir! Geh da mal hoch! Ja, der Stirb, Alter! What the fuck! Was ist denn da? Save your teammate! Save your teammate! Wir laufen grad so ziemlich ans Ende! Warte mal! Ja, wir kommen hinterher! Lauft ihr nach rechts? Ja, rechts jetzt! Okay! Ein bisschen! Jetzt wieder nach hinten! Ey, dass wir das Monster noch nicht einmal gesehen haben, macht mich echt wirre! Ne! Wollte schon sagen, da hab ich's, aber hier ist es nicht! Monster Stage 2 und das Gebrüllen kommt von da vorne! Da irgendwo, gell? Ja, irgendwo! Ja, irgendwo! Das nehmen wir dann ja, Riko! Oh, hier oben vielleicht, auf diesen scheiß Stein! Ja, wir sind... Ich bin auf der richtigen Spur! Ich glaube, es ist direkt vor mir gewesen gerade! Glaub ich hab's! Ich bin nur unterm Stein! Irgendwo hier muss es sein! Da ist es! Da! 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 Was? Ich bin in seinem Gesicht! Ah! Warte, 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 warte! Er kämpft gegen mich! Im Schild! Ich bin nicht in der... Na, guck dann durch! Oder doch! Doch, doch, doch! Ich hab, ich muss das haben! Ich hab's gehabt, ich hab's gehabt! Ich hab's zu! Es ist drin, es ist drin, es ist drin! Go, go, go! Ja! 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 Das wisst mich, das wisst mich. Komm schon. Ich wusste nicht, dass es überhaupt so einen Scheiß hier gibt, ey. Au, danke. Doch, gibt es. Nox war vorhin 300 Mal in der Falle bei einem gegeben. Der ist irgendwie da vorne. Ich will ja nur noch brüllen hier irgendwie. Okay, äh, Arenas aber wieder ready. Da sehe ich die Tatzen auch hier vorne. Da oben hat es verschreckt. Warte, ich höre es in der Richtung. Es ist rechts von uns auf dem Stein irgendwo da. Nee, es ist unten, es ist unten, da unten ist es. Da unten ist es, ja. Okay, damit ich komplett in die falsche Richtung mal rauf. Ich hab's da, schau da unten. Es läuft da rüber irgendwo. Okay, on my way. Ja, stimmt, da kommen auch die Geräusche jetzt, ey. Was ist das? Wo ist es da? Irgendwo da ist es. Ich weiß grad nicht. Hier, hier, bei mir. Es läuft wieder zurück, es läuft zurück, da. Ich hab's, ich hab's jetzt bei mir, bei mir, bei mir, genau bei mir, bei dem Punkt. Ist es los, glaube ich? Ja, es ist los. Ich weiß nicht, ob das weit genug war. Hab ich's? Keine Ahnung. Nee, nee, nein. Ah, scheiße. Es flüchtet dort vorne. Ja, ich versuch's dort. Ja, ich versuch's dort. Ich hab's. Irgendwo dahinten. Ich wollte über eine ziemlich große Weite Entfernung geworfen, ist noch ein bisschen scheiße. Es war aber relativ knapp, ich glaub, wenn du nochmal so 50, 100 Meter gerannt wärst. Okay. Ist egal, macht nix. Nix mehr slow und drin haben wir's. Wie hört noch euer Leben aus? Ja, ja, in halber Leben. Boah, den unten muss ich halten, da. Wir sind ja. Der ist alles voller Schnee, Alex. Ich sehe immer nichts. Ich muss auf den unten warten, ich muss den hochlegen. Scheiße, Mann. Ich hab die Schwurbeilung. Ja, der Schnee fliegt viel zu schnell teilweise. Das ist völlig unnormal. Krass, mega schnell. Geht. Starker Wind. Für mich fliegt's nur voll unnormal, weil's teilweise zwischen den Schluchten. Ja, ich will irgendwas in der Richtung. Teilweise zwischen den Schluchten. Ja, das muss hier relativ nah sein bei mir. Hendrik könnte auch mal ein hier benötigen. Ja, ich komm nicht nach und nicht auf jeden Fall. Das ist Stage 3. So, Stage 3. Oh fuck. Warte mal, ist es hier unten irgendwo? Massen? Hier oben wär das ja, ne? Müssen wir jetzt nicht zum Power Relay? Ja. Bei mir oben ist das. Bei mir ist das hier oben. Ja, voll. Da hinten, da, da, da. Es läuft grad drüber, es läuft drüber. Es läuft nach links rüber zum Power Relay. Gehen wir zum Power Relay, Alter. Es geht hier drüber. Okay. Der ist voll hart rechts neben mir. Das muss hier vor mir und sein. Über uns. Ja. Nee, es ist keine Zoho oben sein. Doch, 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 doch. Aber wo? Ja. Ich kann jetzt drüber gehen. Ich mach nicht. Das ist so ein Power Relay, Alter. Es ist schon ein Power Relay, Alter. Neee. Ja. Ja, hau mal Fallen raus. Verpauen wir mal ein Power Relay und alles, damit nichts kommen. Ich glaube wir haben echt kaum noch andere Schenke Da rechts kommst glaube ich Du konntest doch hochkommen gell? Da vorne kommst du nur Du musst ein bisschen entgegen gehen und dann kommt es nicht ans Power Relay rein wenn ich es da vortrappe Ja ok Aber warte aber Es kommt von Von links Da ist es da ist es Da ist es da ist es Ey wieso Funk ist das nicht so hammer Oh ich muss weg muss weg Aua Los Ich hab dich knapp weggesprungen Oh Gott ich hab dich gleich Oh Gott ich hab dich gleich Ne ich hab dich gleich Ich hab dich gleich Danke Oh ich bin down man WTF Ne alter alter Ich hab gute Zeit Hat dich gleich Hat dich gleich Alter Ich versuch es irgendwie nochmal festzuhalten Da ist Aua es hat mir voll ein Stein an den Kopf geworfen Ich bin tot Jetzt geht es auf mich alter Das geht jetzt auf mich alter Ja ich bin tot Oh nein Ich bin nötter Ih hab's jetzt auf mich alter Der wird so von dem Kerber scheiße Ich hab's geslohen Das geht auf Daisy Das ist mir egal alter dass das jetzt jetzt auch gut ist Aaaaah der Stein ey Ich war grad eh immun Ich hab gesehen von Lukas macht ja kaum jemand Damage da drauf Jetzt bin ich verrengt, der Stein man Ihr müsst Damage machen, ihr müsst Damage machen Make damage, make damage Anyone need more? Make damage One shield, make damage Wieso hat dieser Inji überhaupt, der hat die ganze Zeit... What the fuck, wie kommt der so hoch? Der hat die meiste Zeit geschildert Boah, jetzt hab ich mich verarscht, das zu sehen 50 Sekunden, sonst sind wir wieder da Kai, den die ganze Zeit sind Jaa, Mann Uuuuhhh Der ist tot, der ist tot Jetzt hat er sich spitz Ne, ich bin jetzt noch Der ist tot, der ist tot Der ist tot, der ist tot Ganz damage 20 Sekunden 20 Sekunden Jetzt bin ich tot Jetzt survive, 50 Sekunden Just, just survive Just survive Just chill, chill, chill Go, 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 away away, away Not to him? Yeah, nice Nice, nice Okay Jetzt gehts Oh Leute, die ganze Animation kommt nochmal Jaa, komm hier Go, 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 on the, 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 go Jaa, ich weiß, wie das heißt Back, back! Boss is back, back! Das hat Hammer, wenn wir nicht leben Ich glaub, das schritten wir jetzt echt noch schon Das Bomben ist voll Jaa, das machen wir jetzt kaputt Wir spawnen genau da Seitdem die Animation dauert noch 5 Minuten länger Warte, ich werde jetzt das hier Oh, das Power Relay Boah, hat er mir gegeben Boah, hat er mir gegeben Ich hab mal das Tod durch Boah, der hat ein Leben vor, der Der hat unseren Freund Er hat mich auch nicht Was, der hat mich instant in den Stall? Er hat mich auch, er hat mich auch Er hat mich auch, er hat mich auch Und ich hab's losgeschossen Einfach drauf, irgendwie Wie, wie Nox da hängt links, Kübra, links Aber das ist so ein nettes Match Das ist ein gutes Monster, weißt du So machen die Cancer schon Henry, geh mal nach links Henry, geh mal nach links Sieh mal Nox da unten Ah, ich wollte grad noch hin Aber ich schwör's dir Stage 3, das ist so OP Also ich bin Monsterspieler, der das kann Macht's echt mega Spaß Aber davor, weißt du Wir haben ja auch teilweise davor Die ganze Zeit gespielt Aber das ist jetzt mal so Weil er sich jedes Mal töten lassen Habt ihr irgendwie auf Stufe 1 schauen Ja Aber der kann was Ja, ich bin immer noch Level 1 Was ist da los? Da ist es Level 5 worden, oder? Ey, Level 6, Mann Was? Level 6 Ich bin Level 1 Level 10 Ihr könnt mich alle mal Lachen 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 Lachen